Atelektase – Symptome und Ursachen Dieser Zustand kann durch ein Trauma, nach einer Vollnarkose oder durch andere Ursachen entstehen. Im heutigen Artikel werden wir dir alles über die Symptome und Ursachen der Atelektase erzählen. Das Wort Atelektase kommt von Atelifs – Unvollständig – und Ektasis – Ausdehnung. Es ist eine Störung, bei der ein Teil der Lunge luftleer wird und zusammenfällt. Heute werden wir dir alles über die Symptome und Ursachen der Atelektase erzählen. Dieser Zustand kann übrigens die gesamte Lunge oder nur einen Teil, Lungenflügel, betreffen. Im Allgemeinen tritt sie als Folge einer Blockierung der Atemwege oder eines Drucks auf den äußeren Teil der Lunge auf. Dabei entleeren sich die Lungenbläschen oder füllen sich mit Flüssigkeit. Z.B. kann sie bei Patienten mit Mukoviszidose, Tumoren in der Lunge, Operationen bei geöffnetem Brustkorb und so weiter. Auftreten Tatsächlich kann Atelektase auch auftreten, wenn eine Person einen Fremdkörper einatmet. Diejenigen, die eine Atelektase haben, können Schwierigkeiten beim Atmen haben. In den folgenden Abschnitten erfährst du alles, was du über diesen Zustand wissen musst. Die Symptome der Atelektase Zwischen Atelektase und dem Pneumotorax unterscheiden Pneumotorax, wenn Luft aus der Lunge in den Brustkorb entweicht Atelektase Abnahme der Luftmenge in der Lunge zusammen mit einem Volumenverlust. Eine Atelektase erzeugt keine eindeutigen Symptome. Insbesondere, wenn sie nur einen Teil der Lunge betrifft oder sich langsam entwickle, können die Symptome unmerklich sein. Wenn hingegen eine große Anzahl von Lungenbläschen betroffen ist, können die Symptome sehr ernst sein. Auch gilt das, wenn sich die Störung schnell entwickelt. Zu den Symptomen der Atelektase gehören unter anderem erschwerte Atmung Unruhige oder oberflächliche Atmung Husten Keuchen Brustschmerzen, die vor allem dann auftreten, wenn die Ursache ein Trauma oder eine Lungenentzündung ist Herzrasen oder Hypotonie Niedriger Blutdruck Blaufärbung der Haut Die auf eine Hypoxämie Sauerstoffmangel Infolge verminderten Gasaustauschs zurückzuführen ist Insbesondere, wenn die Atmung zunehmend schwieriger wird, ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen Die Ursachen der Atelektase Zunächst Krankheiten, die durch eine Behinderung der Bronchien und der Bronchiolen verursacht werden Sie kann auch als Folge von Druck auf den äußeren Teil der Lunge auftreten Außerdem ist eine Vollnarkose eine weitere häufige Ursache Diese verändert den regelmäßigen Atemrhythmus und beeinträchtigt dadurch den Luftaustausch Daher kann die Narkose dazu führen, dass sich die Lungenbläschen entleeren Bei einer größeren Operation entwickeln fast alle Menschen einen gewissen Grad an Atelektase Um die häufigsten Ursachen der Atelektase zu nennen, müssen wir zwischen obstruktiver und nicht-obstruktiver Atelektase unterscheiden Die Ursachen der obstruktiven Atelektase-Fremdkörper Dies ist besonders häufig bei Kindern der Fall Kinder neigen dazu, kleine Gegenstände, wie Z B Spielzeugteile, einzuatmen Schleimfropfen Dies ist eine Ansammlung von Schleim in den Atemwegen Er tritt häufig während einer Operation auf Es ist schwierig, den Schleim auszuscheiden, wenn man nicht husten kann Dies kann auch auftreten, weil viele der eingenommenen Medikamente die Tiefe der Atmung verringern können Daher neigt der Schleim dazu, sich anzusammeln Bei Personen mit Mukoviszidose und Asthma sind Schleimfropfen häufig Tumore Ein Tumor in den Atemwegen führt dazu, dass diese verengt werden Dies kann zu einer Obstruktion führen Die Ursachen der nicht-obstruktiven Atelektase In diesem Fall gehören zu den möglichen Ursachen Trauma Wenn ein Trauma auftritt, verringert der Schmerz die Atemtiefe Das kann zu einer Kompression der Lunge führen Pleuraergus Bei einem Pleuraergus handelt es sich um eine Flüssigkeitsansammlung zwischen dem Lungenfell und der Innenseite der Brustwand Lungenentzündung Narben auf dem Lungengewebe Verletzungen durch Lungenerkrankungen oder Operationen können zu Narbenbildung führen Die Diagnose der Erkrankung Klinische Untersuchung und eine Röntgenaufnahme Zu diesen Techniken gehören ein CT-Scan, Computertomographie, eine Bronchioskopie, Ultraschall und Oximetrie Die Bronchioskopie ermöglicht die Sichtung und sogar die Beseitigung von Behinderungen Behandlung der Atellektase Die Behandlung der Atellektase wechselt je nach Ursache Tatsächlich kann eine leichte Atellektase ohne Behandlung von selbst wieder verschwinden In Fällen, die eine Behandlung erfordern, sind die wichtigsten Möglichkeiten Die Beseitigung der Verstopfung durch eine Bronchioskopie abklopfen des Brustkorbs Zum Lösen von Schleimfropfen inhalative Medikamente, die die Atemwege öffnen Ärzte verschreiben sie auch, um den Schleim zu reduzieren Im Falle von Tumoren beinhaltet die Behandlung der Atellektase die Behandlung des Tumors In einigen Fällen verschreiben Fachärzte stetigen positiven Atemwegsdruck, CPAP Dies ist nützlich für Personen, die nicht husten können oder unter Hypoxämie leiden, in der Regel nach einer Operation Fazit Atellektase ist eine Störung, die leicht unbemerkt bleiben kann Sie kann jedoch auch ein ernsthaftes Problem darstellen und die Folge einer tieferliegenden Erkrankung sein Daher ist es wichtig, die Ursachen und Symptome der Atellektase zu kennen, um gegebenenfalls Die beste Behandlung zu finden Wenn du Schwierigkeiten beim Atmen hast, suche sofort einen Arzt auf Bis zum nächsten Mal